So, liebe Leute von heute, herzlichst Willkommen nach einer langen Zeit zurück hier bei Yu-Gi-Oh! Master Duell. Denn es wird in Kürze einiges Neues geschehen, weshalb ich in der Sack jetzt erstmal nicht warten konnte, einen neuen Part Yu-Gi-Oh! Master Duell zu bringen. Denn am 11. November, diesen Freitag, ist es, er sagt, schon soweit, dass ein neues Ausfallpack hinzugefügt wird. Was, er sagt, viele neue Karten ins Spiel bringen wird. Scareclaw, schon mal etwas von den Vista-Monstern und Karten. Dann sowieso, er sagt, auch noch Pendel-Support. Dann, er sagt, ein neuer Monstertyp namens Vailance. Dann, er sagt, sowieso noch viele Unterstützungskarten zu anderen Themen. Darüber hinaus gibt es dann, er sagt, auch noch, ja, dann sicherlich ein neues Solo-Modus-Tor mit dem Geister-Trick-Monstern. Dann, er sagt, sowieso, wir werden dann sowieso auch noch ein paar weitere, na, Anpassungen am Spiel vorgenommen. Wodurch, dann, er sagt, irgendwann dann auch sogar auch Team-Battles, er sagt, kommen, also Tag-Team-Duelle. Und, und, und. Aber erst einmal wollen wir doch mal das Update hier mal ein bisschen durchlesen. Also, ab dem neuen Update wird das Spiel für Steam-Nutzer automatisch beim Start aktualisiert. Vielen Dank, dass du geduldig auf automatische Updates gewartet hast. Okay, das, er sagt, nicht gerade sehr interessant, äh, weil Steam spiele ich ja, sag ich ja nicht. Raum-Matches zwischen Accounts mit unterschiedlichen Versionen sind nicht möglich. Falls du ein Match im Raum-Matches nicht betreten kannst, aktualiere bitte deine Spiel-Version. Außerdem wird dein Raum automatisch aufgelöst. Uninteressant. Aber ja, Team-Kampf. Wird, er sagt, auch bald hinzugefügt? Wir fügen einen neuen Team-Kampf-Modus hinzu, in dem ihr in einfachen Matches in Teams antreten könnt. Die Funktion wird nach der für den 11. November geplanten Wartung veröffentlicht. Dann, Animation zur Kartenaktivierung, während Duellen wurden hinzugefügt dann. Auswahl der Reihenfolge der Effektaktivierung in der Stand-By-Face, End-Face. Auch noch, er sagt, neue hinzugefügt. Hervorhebung von Effekten, die aktiviert werden können, nur bei bestimmten Karten. Hervorhebung, welche Effekte an der Karte aktiviert wurden, nur bei bestimmten Karten auch noch was. Und, und, und. Dann, Decks können jetzt aus einem Raum geändert werden. Der Raumablaufdatum, der Zeitpunkt, zu dem der Raum geschlossen wird, wird jetzt in der Rauminformation angezeigt. Updates bezüglich des Solo-Modus, in denen Spieleinstellungen über das Zahnrad-Symbol in der oberen linken Ecke des Bildschirms. Während Duellen wurde die Schaltfläche erneut versuchen hinzugefügt. Nett. Du kannst jetzt erneut versuchen aussehen, um das Duell noch einmal von vorne zu beginnen. Mitteilungen in der Mitte des Bildschirms, die in Übungskapiteln erscheinen, können jetzt durch Antippen übersprungen werden. Dann auch gut. Deck ändern. Jetzt ist er auch noch was ganz Neues hier. Decklisten mit der Yu-Gi-Oh! Trading Card Game Kartendatenbank verknüpfen. Das hört sich jetzt sowieso schon mal ein bisschen interessanter an. Du kannst deine Decks jetzt in der Yu-Gi-Oh! Trading Card Game Kartendatenbank mit dem Deck-Editor verknüpfen. Indem du deine Kartenspiel-ID mit der Konami-ID verknüpfst, für die du die Datenübertragung in Yu-Gi-Oh! Master Duell eingerichtet hast, kannst du im Spiel auf deine Decklisten zugreifen. Um Detail zu erfahren, wähle Deck aus dem Untermenü Hilfe in der eingeklappten Menü-Schaltfläche in der oberen rechten Ecke des Startbildschirms und rufe dann verknüpfte Decklisten aus. Verknüpfung mit dem Yu-Gi-Oh! Trading Card Game Kartendatenbank auf. So, Updates bezüglich der Shops. Neu in Zukunft der Karten wurden zur Liste der Karten hinzufügt, die in Kartenliste und empfohlene Karten angezeigt werden. Mhm. Dann gibt es jetzt noch einige Fehlerbehebungen. Und, und, und. Dann das neue Auswahlpack, wie schon gesagt, fügt der, sag, einige neue Kartenarten hinzu. Dann gibt es, der, sag, so noch ein paar Unterstützungskarten, also, äh, für Pendelmonster, Künstlerkumpel, buntäugig. Dann kommen neue Kartenarten hinzu, wie die Vailance-Karten, aber dann gibt es, der, sag, eigentlich hier auch noch... Ah ja, wie schon gesagt, Schreckens-Clown sind, der, sag, jetzt, der, sag, auch noch hinzu, kommen dann auch noch hinzu. Wie, sag, Starfrost und so weiter und so fort. Wird auf jeden Fall interessant werden. Auf alle Fälle. Bloß eine kleine Sache ist da, sag, jetzt mal wieder gekommen. Äh, ja, mit der ich hätte, mit der ich eigentlich hätte rechnen sollen. Ich habe, sag, ja, damit angefangen, auf jeden Fall zwei neue Decks zu bauen. Hab dann, sag, schon mal 1000 Juwelen auf, ausgegeben und, ja, jetzt habe ich bloß 452. Und für die Wartung, also für die, für das neue Update, müssen wir dann auf alle Fälle ein paar Juwelen noch wieder hinzuverdienen. Deshalb sind wir, sag, jetzt, sag, hier auch noch bei den, beim Goldrang der Season 11 mit der Schwertsäle jetzt mal hier unterwegs. Denn die Schwertsäle habe ich, sag, jetzt auch ein klitzekleines bisschen angepasst zu der Version, die ich euch, sag, mal gezeigt habe. Hm, denn in der damaligen Version waren, er, sag, zum Beispiel, er, sag, keine Effektverschleierin drin. Aber er, sag, auch nicht zweimal den Topf der Begierden. Ebenso wie zweimal himmlischer Drachenkreis. Das ist jetzt, er, sag, auch hinzugefügt worden in mein Deck. So, also, wir haben jetzt hier drin Effektverschleierin einmal, Kauz und Schlossvogel einmal, zweimal Tenjigais Adara, Maxei einmal, Ascheblüte einmal, Tenjigais Shatana, Mapura einmal, dreimal Schwertsäle von Mouye, zweimal von Taya die Schwertsäle, dreimal Unglaubliche Ekklesia, die Tugendhafte, zweimal den Schwertsälen-Strategen, dreimal, äh, dreimal den Tenjigais Vishuda, ebenso dreimal Ashuna, einmal den obersten Todfeind Protoss, und dann, er, sag, sowieso einmal Raigeki, einmal Happy und Wiederwisch, Wiedergeburt, die Töpfe habe ich erwähnt, dreimal Auftauchen der Schwertsäle, zweimal vom Grab gerufen, einmal verbotener Tropfen, zweimal den himmlischen Drachenkreis, zweimal die unendliche Unbeständigkeit, und zweimal die Ohnmacht der Schwertsäle, hu! Ja, da kommt schon einiges zusammen. Auf alle Fälle dazu habe ich, er, sag, jetzt hier auch noch eine klitzekleinigkeit mit zwei Karten hier verändert. Also, ich habe jetzt den blutroten Klingkämpfer wieder hier drin. Falls diese Karte einem Monster ins Gegner, der sich Kampf zerstört und auf den Friedhof legt, dein Gegner kann während seines nächsten Spielzugs keine Monster der Stufe 5 oder höher als normal oder spezialbeschauen beschwören. Eine gute Karte, wie ich, er, sag, finde, wenn wir, er, sag, zum Beispiel gegen ein, ja, Despier-Deck kämpfen würden. Dann haben wir zweimal Baxia drin, einmal den Draco-Berserker der Tenji, Steinbefreiter, Entstiegener Drache, zweimal Schwertsälen Großmeister, Blumenbaronen einmal, einmal den Schwertsälen Oberherrscher, und neu den Schwertsälen Bösherrscher Chi-Ching Longyuan, äh, Longyuan. So, aber eine andere Sache wollte ich jetzt, er, sag, doch nochmal machen. Berserker der Tenji hier raus und dann jetzt muss ich mal kurz überlegen, welche Karte ich, er, sag, hier reinpacken wollte. Da war ja noch eine bestimmte Karte. Ah ja. Ein bisschen Jatzi noch. Und so beginnen wir dann jetzt erstmal unseren Weg zu Platin Rang 5, wenn es, er, sag, gut läuft. Ansonsten, ja, ist, er, sag, auch schon mal ein neues Turnier ange... also nicht ein Turnier, sondern ein Event angeteasert worden, in dem man wahrscheinlich, wenn es, er, sag, sich so bewahrheitet, wo man keine Zauberkarten einsetzen darf. Das, er, sag, auch schon mal sehr interessant. Wie ich auf jeden Fall finde. Keine Zauberkarten einsetzen. Wann hat man, er, sag, sowas schon mal gehabt? Wie ich finde, er, sag, sehr selten. Weil, solange man, er, sag, ja sowieso denken kann, hatte man es jetzt eigentlich bisher noch nie so gehabt, dass man auch mal nicht in der Lage sei, Zauberkarten einzusetzen. Von der ersten Stunde an, in dem es, er, sag, Yu-Gi-Oh! gibt, hat man, er, sag, immer Zauberkarten eingesetzt. Man kennt es ja kaum anders. Tja, man kennt es ja, er, sag, wirklich kaum anders, als so, wie es jetzt aktuell ist. Zauberkarten setzt man, er, sag, immer ein. Zauberkarten Gut, jetzt wird es ja, sag, auch mal interessant, interessant, interessant. Würde ich ja, sag, jetzt mal meinen. Wie machen wir das jetzt, sag mal ein bisschen unproblematisch? Wie machen wir das Ganze jetzt ein bisschen unproblematisch? Schwertseelekarte von der Hand hinzufügen, oder Ne, das ist ja, sag, jetzt nicht passend, also nehmen wir die hier. Wir haben... Oh, verdammt nochmal, ich hab ja schon eine normale Beschwörung gemacht. Ah, stimmt. Ja, ich habe, sag, ja. Ja, ich hatte ja schon eine normale Beschwörung durchgeführt. Okay, 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 okay. Ich glaube, das Duell verlieren wir. Ja, habt mich, sag, jetzt wirklich ein klitzekleines bisschen verspielt. Mhm, ich hab mich hier, sag, jetzt hier wirklich ein klitzekleines bisschen verspielt. So, ja, ***, ich hab mich hier übermorgen, wenn ich hier mal aufrestehe, losgeist, Ah, okay, das jetzt sagt alles nicht gerade so gut. Das einzige, was ich jetzt vielleicht nochmal kurz mal versuchen könnte, wäre eigentlich die Verteidigung ein bisschen weiter auszubauen. Tja, das ist jetzt das einzige, was wir jetzt hier ansatzweise auf die Reihe kriegen können. Die Verteidigung ein bisschen weiter ausbauen. Aber mehr haben wir jetzt leider auch nicht drauf. Tja, schade, schade, schade. Wir hätten dann, sag jetzt doch schon mal den obersten Todfeind Protoss beschwören sollen. Ja, das ist jetzt ein kleiner Fehler meinerseits gewesen, den wir jetzt leider, sag, auch nicht korrigieren können. Andererseits, wir können, sag, das Duell jetzt beenden. Wir haben dann, sag, zwar noch ein bisschen Minus gemacht, aber das war jetzt, sag, auch mein Fehler gewesen. Das war, sag, jetzt leider mein Fehler gewesen hier. Wir haben dabei jetzt nicht so gut nachgedacht. Okay, und jetzt fangen wir noch nicht mal als erstes an. Entweder ist das, sag jetzt schon, sag, das Spiel entscheidend oder noch nicht. So oder so, wir haben eben auf jeden Fall einen Fehler gemacht. Wir hätten, sag doch, Stufe 10. Ja, Stufe 10 hätten wir spezial beschwören müssen. Schade. Okay, Effekt verschleieren, komm zum Einsatz. Okay. Jetzt wird es problematisch, weil ich denke, er sagt sicherlich. Oh, das ist jetzt auch widerlich. Okay, jetzt müssen wir irgendwie versuchen, hier was auf die Reihe zu kriegen. Wie ich, er sagt, zu Anfang des Parts schon mal gesagt hatte, im Kampf gegen ein Despier-Deck wäre jetzt eigentlich der blutrote Schwertkämpfer keine schlechte Wahl. Okay, das jetzt, er sagt beides nicht gerade so gut. Oh nein, das ist jetzt, er sagt gar nicht gut. Ah, das ist jetzt gar nicht gut. Das ist jetzt gar nicht gut für meine, für meine kommende Strategie. Ne, für meine aktuelle Strategie ist das Ganze jetzt überhaupt nicht gut, was ich hier vorhabe. Das ist jetzt gar nicht gut, was ich hier vorhabe. Naja, das hätten wir jetzt, er sagt, glaube ich, anders machen müssen. Okay, vielleicht kriegen wir das aber trotzdem jetzt noch auf die Reihe. Okay. Ich weiß. Okay. Ich weiß. Du bist jetzt jetzt. Oh nein. Ich weiß. Wir brauchen los. Ich weiß. Wir brauchen zuerst die Gr robi eighth. Und wir wollen alles aufした Las outbreak. Oh nein. Ich weiß. Oh nein. Ich will weiter. Okay, das läuft schon, er sagt Äh, gut Aber Nicht so gut Es war zwar jetzt, er sagt, nicht so Nicht so Wirklich, er sagt, jetzt nicht so gelaufen, wie ich es ursprünglich geplant hatte Wie das Ganze ablaufen sollte, aber Es hätte jetzt schlechter sein können Denn so können wir immer in das Duell ja auch noch gewinnen Es sei denn natürlich, der Gegner hat jetzt aus irgendeinem Grund den Felsbrocken auf der Hand Den Namen habe ich jetzt auch vergessen Hmm Mal sehen, wie sieht es denn jetzt hier aus Wenn wir schon den Bösherrscher haben Dann benutzen wir auch den Bösherrscher Sicher ist auf jeden Fall sicher gewesen Ja, der ursprüngliche Plan war zwar ein anderer Aber Der Sieg ist halt ein Sieg Und darauf kommt es an Ein Sieg haben wir auf jeden Fall verschenkt Weil wir, er sagt, ein bisschen zu blöd Gespielt haben Der andere Sieg jetzt hier Ja, ich hatte zwar mit dem blutroten Schwertkämpfer, er sagt, jetzt mal gerechnet Den ich einsetzen könnte Aber, hey So geht's, ging's der Sack auch Mit hoher Wahrscheinlichkeit hätte dann eigentlich auch unser Gegner sicherlich aufgegeben In der Runde darauf Und, ja, jetzt, er sagt, wieder markiert Ach, das ist jetzt, er sagt, nicht gut Das ist jetzt, er sagt, wirklich nicht gut, wie ich finde Habe jetzt, er sagt, mit dieser Hand Jetzt erst mal schwer, was gegen einen Spiegeljahrte Drachen einzusetzen Und, der Gegner hat gleich, er sagt, sowieso auch die besseren Karten wieder auf der Hand Zuerst, er sagt, jetzt mal wieder die Tragödie Gefolgt von Gefolgt von den Gefallenen von Albas Tja Das markierte Des... Okay, ein bisschen anders Aber das markierte Despier ist und bleibt, er sagt, jetzt Wirklich immer noch die stärkste Kartenart Oder besser gesagt, das stärkste Thema Das stärkste Deck, was aktuell im Master Drill gibt Das stärkste Deck, was aktuell im Master Drill gibt Tja, also im Großen und Ganzen können wir eigentlich dieses Duell auch schon gleich wieder Verknicken Der hat jetzt, er sagt, nun wirklich, er sagt, alles auf der Hand Was er sagt, braucht, um ein fast unzerstörbares Board aufzubauen Das ist übel Das ist einfach übel jetzt Das Ganze hier ist jetzt einfach viel zu grauenhaft Und das bringt der Sack mir jetzt auch so gut wie gar nix meio Das Ganze ist einfach Das Ganze ist einfach Schwierig jetzt! Schwierig, schwierig, schwierig! Schwierig, schwierig, schwierig! Okay, dann müssen wir das Ganze jetzt erstmal versuchen, irgendwie so hinzukriegen! Überraschend! Wirklich überraschend, dass da jetzt nix kommt! Hm, eigenartig! Aber, tja, soll mir jetzt recht sein! Okay! 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 Das kann aber jetzt wie es außen noch alles klappen! Warte mal! Warte mal! Wieso? Wieso kann ich das jetzt nicht aktivieren? Moment! Oh nein! Nein! Wieso hat sich der Effekt jetzt nicht aktiviert? Wieso hat sich der Effekt jetzt hier nicht aktiviert? Wieso hat sich der Effekt jetzt nicht aktiviert? Wieso hat sich der Effekt jetzt nicht aktiviert? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Wieso hat sich der Effekt nicht aktiviert? Oh nein! Oh nein! Ja! Ich verstehe jetzt nicht, wieso das Ganze sich jetzt nicht aktivieren konnte. Ich verstehe das jetzt nicht, wieso hat sich der Effekt jetzt nicht aktiviert gehabt? Wieso konnte ich jetzt, der Sack, keine Karte auf die Hand zurückschicken? Was habe ich jetzt, der Sack, hier übersehen? Naja, aber so oder so, ich kann, der Sack, jetzt nichts mehr tun. Meine Strategie ist, der Sack, so nicht mehr aufgegangen. Aber ich muss hier aber wirklich irgendeine Karte übersehen haben, wodurch ich jetzt, der Sack, jetzt nicht den Effekt... Obwohl, wieso konnte ich den Effekt wirklich nicht aktivieren? Unverständlich. Ich habe ganz normal Baxia als Synchro-Beschwörung beschworen. Aber am Ende konnte ich, der Sack, da nichts machen, aber weshalb? Verstehe ich nicht, das konnte doch er, der Sack... Nee, er hatte keine Karte aktiviert gehabt, die er sagt, das nur verhindern könnte. Auch er sagt, die Donnerdrachen-Matrix war er, der Sack, auch er sagt, eine Karte gewesen, die ihm nichts zu sagen hatte. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit ist jetzt wieder eine Ascheblüte auf der Hand. Es war ja abzusehen. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit ist jetzt eine Karte. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es in der Karte. Egal. Also, ich habe ja hierhinne. Ich bin ganz normal, was ich nicht da. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es nicht alle, was ich da. Es war ja auch hierhinne. Wirklich ziemlich gewagt, das Ganze jetzt. Erst einmal 10 Karten verbannen. Und dann sowas. Das große Lamander-Heiligtum wurde jetzt auf jeden Fall nicht auf die Hand genommen. Wurde es etwa mit den 10 Karten hier verbannt? Ach nee, er hat sicher noch einen zweiten Falco in der Hinterhand. Ach, er hat überhaupt keinen Falco im Friedhof gehabt. Ja, am Ende geht er, sagt sein Spiel, sagt doch auf. Ein bisschen anders, als was ich jetzt, naja, dachte, aber sein Spiel geht trotz allem auf. Jetzt kriegt er, sagt doch, noch seine Fallenkarte. Jetzt kriegt er, sagt doch, noch ein weiteres Feuermonster. Gut, gut, will nichts gesagt haben. Das läuft, er sagt doch alles nach Plan. Ach, die Sache mit der Ascheblüte nervt mich, er sagt jetzt nicht. Interessant, seit wann hat der Sack jetzt Heißseela auf einmal eine Animation gekriegt? Das soll doch erst mit dem nächsten Update kommen. Ich muss der Sack jetzt nicht extra erwähnen, dass meine Tenji-Karten es jetzt hier ein bisschen schwierig haben. Ich muss der Sack jetztan nach zuschauen. Wird interessant Es wird auf jeden Fall alles hier ziemlich interessant werden Vielleicht solltet ihr noch Okay, läuft der Sack bis jetzt noch alles nach Plan Auch wenn ich Sack jetzt schon im Großen und Ganzen all meinen Pulver gleich verspielt habe Das war's für mich, wenn ich Sack jetzt schon im Großen und Ganzen Okay, es läuft Er sagt bisher alles noch nach Plan Jetzt aktiviere ich erstmal Die von Grab gerufen Karte Und verbanne jetzt erstmal die Asche Okay, das läuft doch Er sagt jetzt erstmal alles Nach Plan Jaaaan Eine Normalbeschwörung hatte ich ja jetzt noch nicht gehabt. Ja, läuft alles aktuell nach Plan. Den Kampf gegen Großer Lamander müssten wir erst gleich gewonnen haben. Hm, jetzt mal überlegen. Nein, das sieht Saki jetzt nicht gut aus. Wir könnten Saki jetzt hier eine Verbannung durchführen. Aber nein. Okay, das ist Saki jetzt genau nach Plan gelaufen. Und damit haben wir gewonnen. Es war wieder mal alles ein bisschen anders als ursprünglich gedacht. Aber wir hatten genügend Karten jetzt Saki auf der Hand gehabt, um Saki unseren Sieg auch zu zelebrieren. Tja, aber mein ursprünglicher Plan für diesen Part Platin zu erreichen, das können wir ja aktuell wie es aussieht ja knicken. Gut, dann schauen wir doch mal, was wir Saki jetzt hier fabrizieren können. Ah ja, mal wieder sagt das Übliche hier. Ja, mal wieder. Ja, mal wieder. Ja, mal wieder. Ja, mal wieder. Es ist ein Duell der Konzentration. Ein Duell, wo niemand verlieren will. Doch ebenso ein Duell, wo ich ja sag den Gegner jetzt, dass er keine weitere Handkarte gönnen will. Okay, warte mal. Obwohl, das könnten wir vielleicht noch schaffen. Obwohl, ne, wir können ja Saki jetzt nichts anvisieren. Ach, wisst ihr was, das Duell geben wir auch auf. Ja, ist jetzt wirklich ein bisschen blöd gelaufen, aber ich habe keinen Bock, Saki jetzt Ellenlang gegen Spiral-Karten zu spielen. Also würde ich jetzt einfach mal sagen, das nächste Duell ist dann jetzt erstmal für diesen Part das letzte Duell. Wir hatten einige sehr interessante Duelle jetzt, Saki, in diesem Part mit unserem Schwertseelen weggehabt. Muss man einfach sagen. Es waren einige interessante Duelle dabei gewesen. Aber im Großen und Ganzen haben wir jetzt leider nicht gerade sehr viel hier auf die Reihe gegräht. Es waren jetzt halt viel zu viele gegnersche Karten dabei, die uns ein bisschen in die Suppe spuckten. Tja, und das missfällt mir jetzt ein bisschen. Aber immerhin scheint der Saki jetzt alles normal zu laufen. Hm. Ja ... Sikalier Karteier S Karteier Karteier Sㅇ Karteier Naja, auf jeden Fall so normal, wie man das Ganze als normal überhaupt betiteln kann. Okay. Gut, das finde ich in der Sack ansatzweise in Ordnung. Wir haben unser Bossmonster auf dem Feld, wir haben in der Sack seinen Untergebenen, wir haben, er sagt, einen angeheuerten Kämpfer, der Tenji, auf dem Feld und ebenso, er sagt wie dessen, naja, Life Coach. Darüber hinaus haben wir noch vom Grab gerufen da, auch gut. Wir haben noch eine Ascheblüte auf der Hand, ebenfalls gut. Aktivieren wir jetzt auf jeden Fall die Ascheblüte, dann kann der Gegner gleich auf jeden Fall nichts beschwören. Sollte gleich ein Monster-Effekt aktiviert werden, aktivieren wir den Effekt des Draco-Berserkers, um das Monster zu verbannen. Okay, das jetzt sagt nicht gerade sehr gut. Wer rechnet, naja, sogar mit dem Talent der drei Taktiken. Also ich persönlich rechne mit dieser Karte überhaupt nicht in meinem Duell. Weil dieser Effekt, der Sack nun wirklich so speziell ist. Dass ich eigentlich nun wirklich nicht glaube, dass da jemand spielt. Und ich glaube, er aktiviert auf jeden Fall den Zweiteffekt. Übernimmt bis zur Endphase. Ja, die Kontrolle von einem Monster. Ach, die Karte hat jetzt auch eine Animation gekriegt. Sehr interessant. Und die Entscheidung wird doch jetzt sicherlich deshalb auf den Draco-Berserker der Tenji jetzt fallen, oder? Das wäre jetzt auf jeden Fall das Einzige, was jetzt logisch ist. Ja, die Karte hat jetzt gehört. Tja, schade, dass das Ganze jetzt ein bisschen unschön verlief. Ja, ein bisschen schade. Unser eigenes Boss-Monster hat uns jetzt, Herr Sack, die Suppe versalzen. Ja, blöd gelaufen. 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 Blöd gelaufen. Ja, 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 blöd gelaufen. Okay, schade, der Sack jetzt nun wirklich nicht diese Karte auf die Hand zu nehmen. Aber ich müsste Sack jetzt keine weitere Normalbeschwörung durchführen. Tja, ein Duell gegen Ed Ignis da zu gewinnen, habe ich es bis jetzt auch noch nicht so häufig hingekriegt. Aber gut, wir stehen Sack jetzt hier zwar wieder so wie beim Anfang des Parts, aber hey, wir hatten immerhin ein paar sehr interessante Duelle gehabt. Und der Sack auf jeden Fall für den nächsten Part werden wir Platinum 5 auf jeden Fall haben. Und außerdem gibt es dann außerdem auch noch ein neues Kartenpack, wo wir dann sicherlich auch noch ein bisschen was ziehen können, oder? Also jetzt auf alle Fälle auf jeden Fall nicht so viel, wie es aussieht. Hm, habe ich jetzt auch wirklich so wenig Zauberkarten in diesem Part aktiviert? Okay, ein bisschen unschön. Aber gut, aber gut. Wenn wir auf alle Fälle auch im nächsten Part einen neuen Solo-Modus-Part dann sowieso, er sagt, auch noch haben werden, kriegen wir 200 Edelsteine zu. Dann, er sagt, mit dem Erreichen von Platinum 5 kriegen wir nochmal 200 Edelsteine, dann haben wir, er sagt, schon mal 900. So, zwischendurch, dann, er sagt sicherlich auch nochmal 80. Ja, 1000 Edelsteine haben wir auf jeden Fall am Freitag, glaube ich, zusammen. Und damit sage ich dann jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis dann und schau, wo wir dann neue Karten ziehen werden und dann auf alle Fälle weitere Duelle bestreiten werden. Vielleicht sogar auch mit einem neuen Deck. Wir werden es sehen. Oder auch nicht. Bis dann und schau. Also, wir werden es sehen.